Ich gehe jetzt in... Wie heisst das jetzt? Wie heisst das? In ein Simulator. In ein Simulator. Ich... I try now Simulator. Simulator. So! Füffi noch? Nein, Simulator. Einfach lassen. Ja, mach nicht. Ich fahre ihn jetzt mit Simulator. Rebecca, jetzt habe ich dich da hinten auf dem Füffi. Füffi? Ach, sie ist. Okay. Wenn wir noch etwas unter das Füffi tun, sonst... Ja, das willst du nicht führen. Ja, das ist richtig. Karte! Und ich weiss ja, das ist eigentlich nicht zufrieden. Ja, das magst du nicht führen. Also, wie der Grosspartner mit einem Füffi vom Füffi steigen. Weisst du, wie der Grosspartner mit einem Füffi... Das ist nicht Füffi. Das sind Weine. Sie hat nicht so lange Weine. Das ist so richtig. Ja, wie lange war ich. Ja, breit mir. Darum musst du noch etwas hinten. Ja, das war ich noch etwas hinten. So. Jetzt kannst du bremsen. Bremse. Komm, ich mache dich noch etwas grösser. Okay. Immer schön. Bei dir getraue ich mich. Ein wenig vorne liegen. So. Oben auch noch. Wie im Foto. Zuhause. Ist es gut? Okay. 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 So, geht los. Okay. Schatz, du gehst die Tee. Ja, warte. Oh. Nein. Du bist sowieso schneller. Ich? Ja, sicher. Ja, sicher. Mach mal. Gut. Nachher leist den Kopfhörer dann an. Aha. Jetzt erkläre ich dir noch schnell. Wegen dem Schalten. Okay. Hast du auch schon mit Pippen geschalten? Nein. Hier ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Gang. Und hier schalte ich runter. Aha. Geht durchschalten. Aha. Und das Lenkrad hältst du so mit dem Daumen. Ach so. Und so. Und so. Ja.